hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und ein sehr wichtiges sogar denn ihr habt ihr schon mitbekommen dass wir was verlosen wollen morgen am 23 12 wurden verlosen und hier haben wir einen einen account den werden wir verlosen er hat hier auf jeden fall einiges am start aber auch einiges nicht eine grube verbindung wurde getrennt ihr müsst euch dann halt wie gesagt aber der gewinner du musst dir dann halt einen neuen social club account erstellen das einzige was du brauchst bei der übergabe ist eine fertige email adresse die du mir geben kannst damit ich dir den account überschreiben kann ja was hat der account ja lass uns einmal direkt hier beginnen indem wir auch mit den bekanntesten besten anfangen und ja auch extra für die faulen er hat knapp acht milliarden dollar also aufgerundet acht milliarden dollar blieb persönlich ja also wenn ich damals vor zehn jahren ein account bekommen hätte mit acht milliarden dollar hätte er jetzt heutzutage nur noch die round sechs milliarden dollar ich finde persönlich ich hätte es genommen aber auch heutzutage so es gibt so viele möglichkeiten letztes geld zu verdienen also ich weiß nicht ob man es aber wenn man möchte kann man gerne einen gewinnspiel teilnehmen account wird verlost die sponsor ist er vom stud wollte mich jeder noch mal bei einem stud bedanken dass er dass der account hier bei dem gewinnspiel beigetragen hat und ja was hat der account er hat auf jeden fall wollen wir noch mal ein paar outfits anzeigen uns hat noch ein paar outfits hat der account in der scoot hier geschickt hat ein paar schöne outfits hier an sich es ist natürlich outfits sind geschmackssache ob man sie schön oder nicht schön findet deswegen wie gesagt gucken wir uns einfach mal hier den space ranger an den davor haben wir ja schon gesehen dann haben wir hier so verschiedene tron outfits mit passenden jogger halt am start finde ich persönlich okay kann man mitnehmen ist nice sticker ist jedem seine sache ob er das halt mag oder halt nicht in meinem fall sind die sticker jetzt nicht so aber wenn es gefällt kann ich auf jeden fall mitnehmen verschiedene aufwärts haben wir auf jeden fall am start und jetzt würde ich sagen ein klein bisschen musik ab und einmal die outfit show und dann sehen wir uns nach der outfit show ich bin der gläder doch die warten auf fehler hab alles da du zahlst sag mir weißt du willst auf der raum voll wir fahren mir egal wohin sag hast du schwestern zahl bin da für dich sind bereit wir fahren mir egal wohin kippe uso verballer wieder fluss sitz im lamborghini urus der arm voller tattoos und sie liebt wenn ich es segnen lasse röpel raid tasche louis und ms ist die leder akku hol mir was auf zombie mein kaffer wieder zombie flüchte von der kippo aber ah du keine condi sie hast wenn ich besoffen will ich bin ein grossen kind ein asozialer araber ich bin seit jahren das thema sie wissen ich bin der täter doch sie warten auf fehler aber bis sie kommt bin ich weg bevor ich einen tag sitze bin ich weg bis sie kommt bin ich weg bevor ich einen tag sitze bin ich weg hab alles da du zahlst sag mir was du willst auf der raum voll wir fahren mir egal wohin so da haben wir die outfits auch schon durch und was müsst ihr machen um den account zu gewinnen ihr müsst einfach nur auf meinem kanal kein namenssitz sein und dann könnt ihr den account auch gewinnen und ja das sollte auch erstmal mit dem video gewesen sein wie gesagt noch mal grüße gehen raus an ins gut und wie gesagt wie gesagt um die gewinnmöglichkeit ist wird halt per zufahrtsgenerator ausgesucht mit dem nightboard und ja kanal mit sein abonnent wäre auch gut ansonsten wie gesagt ich jetzt mal raus bei der zuckerwist 91 und ciao